30 Jahre KWG. Gegründet wurde die Kommunale Wohnungsgesellschaft MbH Senftenberg am 23. Januar 1991 als Nachfolger des früheren VEB-Gebäudewirtschaft Senftenberg. Gesellschafter im Gründungsjahr waren insgesamt 24 Kommunen zwischen Großrechen und Ortrand. Heute zählen fünf Städte und Gemeinden zu den Gesellschaftern. Die Kreisstadt Senftenberg, dazu Großrechen, Schipkau, Schwarzheide und Ortrand. Seit November 2000 bis heute arbeitet Roland Osiander als Geschäftsführer der KWG. Die KWG bietet Wohnraum für jeden Anspruch. Vom gehobenen Standard mit individuellen Zuschnitten über das Zuhause für Familien oder Senioren bis hin zum kleinen Eingeldbeutel und Wohnungen für Studenten und Azubis. 2020 bewirtschaftete der Vermieter rund 7.120 Wohnungen und 130 Gewerbeeinheiten, außerdem Garagen, Stellplätze und Gärten. Eine der größten Herausforderungen in 30 Jahren Unternehmensgeschichte war und bleibt die nach wie vor rückläufige Einwohnerentwicklung. Einwohnerentwicklung, eine Dramatik in unserem Umfeld. Von 1990 kommend bis heute eine deutliche Reduzierung und die man natürlich auch in unserem Bestand merkt. Folge ist jede Menge freie Wohnungen. Aktuell fast 1000 Wohnungen leer, die genügend Spielraum für weitere Vermietungen geben, aber auch in Zukunft weiteren Abriss bedeuten. Zudem reagiert die KWG massiv auf den demografischen Wandel, also eine immer älter werdende Bevölkerung. Damit Mieter auch im höheren Alter im gewohnten Umfeld wohnen können, wurden unter anderem 26 Aufzugsanlagen nachträglich eingebaut. Bestehende Wohnungen werden, wenn möglich, an die Bedürfnisse der älteren Menschen angepasst. So sind knapp 1100 Wohnungen für ältere und behinderte Miete geeignet. Zudem liegen etwa 1500 Wohnungen im Erdgeschoss und sind dadurch im erweiterten Sinn altersfreundlich. Die Mietpreise der KWG lagen 2019 zwischen 3,50 Euro und 7 Euro pro Quadratmeter. Damit liegen sie unter dem Landesdurchschnitt in Brandenburg. Ein Wohnumfeld, das heißt gepflegte Außenanlagen, Spielplätze, die von der KWG unterstützten Mieterfeste, aber auch die Farbgestaltung der Gebäude sorgen für ein angenehmes Zuhause. Wir haben ja angefangen mit ganz einfachen Sachen in Kooperation mit den Stadtwerken oder mit dem WAL und sind dann drauf gekommen, die Leute wollen auch eine Identifikation mit ihren Häusern haben und da muss man natürlich schon auch individuell irgendwas gestalten und die 3D-Grafik kommt ganz gut an. Ob bei den Mietern oder auch bei externen. Ja und verschönertes Stadtbild auch, wobei wir insgesamt natürlich ein farbiges Stadtbild machen wollen und uns das als Aufgabe gesetzt haben, die Städte zumindest farblich und in unserem Bestand auf Vordermann zu bringen. Und die Stadt macht ihren Teil und es gelingt ganz gut, denke ich mal. Der Arbeitgeber Kommunale Wohnungsgesellschaft Senftenberg beschäftigte im September 2020 14 Mitarbeiter. Im Tochterunternehmen der Baureparaturen Modernisierungs- und Ausbau GmbH, kurz BMA, arbeiteten 52 Frauen und Männer und elf Azubis. Die BMA ist seit 1992 der Dienstleister der KWG. Aus diesen Dienstleistungen, die natürlich 24 Stunden eigentlich stattfinden, profitieren alle Beteiligten. Das heißt also, wir haben natürlich neben der BMA sehr viele Auftragnehmer, aber wenn es zur Sache geht und wenn extremer Bedarf und ganz schnell reagiert werden muss, steht uns die BMA eben zur Verfügung und das ist der Vorteil dann auch für die Mieter. Und die BMA arbeitet durchaus auch im Positiven, was wieder der KWG zugutekommt. Das Unternehmen übernimmt unter anderem Instandhaltungen, Projektentwicklung und Baubetreuung sowie die Aufgaben im kaufmännischen Bereich. Der Havariedienst der BMA ist an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbar. Kompetente Ansprechpartner finden Mieter auch in der Hörlitzer Straße in Senftenberg und in einem der vier Servicebüros. Ausgezeichnet wurde die KWG bereits zweimal als familienfreundliches Unternehmen. Wesentliche Grundlagen für die gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind Gleit- und Teilzeitmodelle, Heimarbeitsplätze oder Kita-Zuschüsse. Dazu kommt das Gesundheitsmanagement, beispielsweise mit Gesundheitskursen und der Kooperation mit den Krankenkassen. Also wir machen Massagen, Gesundheitskurse, wir haben einen eigenen Sportraum, wir machen Gesundheitstage, Grippeschutzimpfung im Haus möglich und Unterstützung bei diversen individuellen Problemen so weit möglich und das der Betrieb leisten kann. Darüber hinaus übernimmt der Vermieter auch Verantwortung in der Region und für die Region. Allein seit 2000 investierte das Unternehmen insgesamt 212 Millionen Euro in Instandhaltung, Modernisierung und Abriss. In den kommenden zehn Jahren werden es voraussichtlich weitere 152 Millionen Euro. Das sichert Arbeitsplätze in den beauftragten Unternehmen und in den Partnerfirmen. Verantwortung für die Region, das heißt auch Unterstützung für gemeinnützige Einrichtungen. Beispiele dafür sind zahlreiche Spenden an Sport- oder Soziale Vereine und die Mitgliedschaft in Fördervereinen, beispielsweise der Neuen Bühne Senftenberg, der Kreisverkehrswacht oder des Kinderschutzbundes. Dazu kommen Kooperationen unter anderem mit dem Fröbel e.V. und die Unterstützung weiterer Partner wie dem Senftenberger Tierpark. Last but not least ist die Kommunale Wohnungsgesellschaft Senftenberg auch ein preisgekröntes Unternehmen. So erhielten die modernen und innovativen Fassadengestaltungen mehrfach den Brüllux Award. Dazu kommen unter anderem der Deutsche Bauherrenpreis, das Qualitätssiegel gewohnt gut, der BBU Zukunftspreis und die Auszeichnung familienfreundliches Unternehmen. Das alles sind gute Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Unternehmensgeschichte.